Und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich wünsche euch ein gutes neues Jahr. Und dies ist ein Video, womit ich mich auch bei euch bedanken wollte, dass ihr mich auch unterstützt und dass ich auch schon 42.778 Aufrufe an Videos habe. Finde ich wirklich sehr cool. Finde ich auch sehr dankbar drüber. Es war jetzt auch nicht so wirklich das Größte, aber ich bin wirklich schon stolz, so viele Aufrufe zu haben. Ich mache das Ganze ja auch freiwillig und verdiene damit ja auch wirklich gar kein Geld. Will ich eigentlich auch nicht wirklich. Und natürlich auch würde ich mich bedanken für die 160 Abonnenten. Hätte ich auch niemals gedacht, dass ich so weit komme. Nach 4 Jahren YouTube. Ich bin ja jetzt fast schon 4 Jahre auf YouTube. Oder sind das jetzt schon 5? Ne, 4 Jahre. Genau, 4 Jahre. Und ja. Naja, das kommt jedes Video hier. Ja, und wie ihr seht mache ich ja Unboxings oder ich mache Anime Crossing Momente. Oder mache ich stelle meine Spiele vor oder so. Ja. Natürlich habe ich auch noch andere Kanäle, wo ich Let's Plays oder Tutorials mache. Da könnt ihr gerne auch mal vorbeischauen. Und ja. Und ja. Auf jeden Fall wünsche ich euch ein schönes Jahr 2014 und es kommen jetzt noch ein paar Videos. Die habe ich natürlich an Silvester aufgenommen, wie ich meine Raketen losgelassen habe, aber auch von den Nachbarn und so. Ja, und in so einer guten Qualität sind die Videos jetzt leider auch nicht. Ich habe das alles mit dem Handy aufgenommen. Ich wollte nicht meine teure Kamera mitnehmen, weil ich war eingeladen. Und ja. Dann bedanke ich mich für euch und natürlich kommen noch weitere Videos und ich freue mich natürlich immer auf positive Bewertungen. Aber auch freue ich mich auch über Kommentare, auch über Verbesserungsvorschläge oder was ich zum Beispiel falsch mache. Also das könnt ihr natürlich gerne alles unter das Video schreiben. Ja. Dann würdet ihr sehen, ob ich diesen Vorschlag annebe oder nicht. Ja. Und ich sage auch nur, wenn ihr mir auch sagt, was ich falsch mache, dann kann ich das auch umändern. Wenn natürlich keiner schreibt, was ich falsch mache, dann kann ich leider auch nichts daran ändern. Also besser ist, wenn ihr das in den Kommentaren schreibt, was ich falsch mache, dann mache ich das natürlich beim nächsten Mal auch wirklich richtig, wenn dieser Vorschlag auch mir übereinstimmt. Und ja, dafür bedanke ich mich halt hier auch um die 160 Abonnenten und ja, jetzt seht ihr noch ein paar Raketen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Schuss Spannende Musik Eheh! Heeh! Der ist halt! Hehehe! Und wuuu! Was ist das? Bum! 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 Hhahahahah gia! Ich hab selber ne Bussak in Kjakan Jum! Ich bret aber nicht da! Du ich brauche einen nicht anmachen Jum! Bum! Hahahaha! Ha, ha, ha! Du hast die Gerache festgemacht. Du hast den Auto rum gemacht. Du hast gesagt, die Fremden sind armer. Ich hab dich gezeugt. Ich hab dich nicht schluss. das ist alles gut ja ja ja